Was geht ab? Hier ist wieder euer Netro Gamer Lian am Start. Season 8 ist da und damit auch eine weitere Herausforderungswoche. Eine Herausforderung lautet Besuch ein riesiges Gesicht in der Wüste, im Dschungel und im Schnee. Und das erste riesige Gesicht ist hier neben Sunny Steps, der neuen Start, hier auf diesem Berg bzw. an diesem Berg. Hier könnt ihr es nochmal betrachten, hier ist dieses Gesicht. Leute, jetzt direkt ein nächster Berg. Hier ist auf jeden Fall dieses Gesicht, ihr müsst hier einfach hinfliegen. Und Freunde, es lohnt sich auf jeden Fall ein kostenloses Abo und die Glocke zu aktivieren. Denn ich werde euch bei allen Herausforderungen helfen, diese erfolgreich abzuschließen, dass ihr auch so den Level 100 Skin bekommen könnt. Ich werde euch bei allen Bonus-Sternen helfen, bei allen Herausforderungen, die irgendwie nicht klar sind, wo die sind, werde ich überall ein Video drüber machen. Deswegen aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten. Let's go! Freunde, das nächste Gesicht ist hier unten, ganz im Süden von Paradise Palms, neben dieser Stadt hier. Da oben ist es. Ich muss da jetzt irgendwie hochkommen. Ich bin schon hier mitten im Sturm. Ich hoffe, das reicht jetzt hier, wenn ich hier jetzt hochgehe. Bitte, Mann. Ich hoffe, ja, das reicht auf jeden Fall. Hier ist das nächste Gesicht, Freunde. Und jetzt versuchen wir schnell zum letzten zu kommen. Let's go! Okay, Freunde. Also, ich habe euch eben was Falsches gesagt. Und zwar beim letzten, das ist nicht hier hinten. Das ist zwar auch ein Gesicht, aber irgendwie wird das nicht gezählt. Und zwar dieses Gesicht, das wird jetzt wirklich gezählt. Das ist hier unten an diesem Berg, an diesem fetten, das klebt jetzt auch an dem Berg. Also wahrscheinlich alle Gesichter, die an so Bergen hängen. Ja, hier ist es auf jeden Fall. Das Gesicht. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das Falsche eben gesagt habe. Und, ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Und, ja, bis zum nächsten Video. Ciao!